Hi ihr Lieben, ich bin's mal wieder, der Robin von eurem DS Dance Club Jena. Und ich habe hier mal zwei Leute mitgebracht, die euch unbedingt etwas sagen wollen. Ja, das ist die Sarah und ich bin der Jörn und wir wünschen euch mit eurem megacoolen Tanzlehrer ganz ganz viele tolle Tanzstunden und rock it, ne? Ja, ganz ganz viel Spaß, sehr fleißig und ganz doll lieb zu ihr Willen. Ja, das auch auf jeden Fall immer, ne? Ach, das ist übrigens von GZS. Ich wollte gerade sagen, ihr habt die beiden schon gesehen, Lucy und Philipp von GZSZ. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf euch. Es gibt jetzt bald wieder neue Kurse, neue Choreografien, neue Preise. Alles super, alles ganz neu bei uns im DS Dance Club Jena. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns. Ciao!